Ich habe mir auch diese Gurke gekauft und wir probieren die jetzt. Da steht Hot & Spicy, ich vertrag keine scharfen Sachen. Egal, wir machen's. Okay. Leute, was ist da für eine Soße drin? Ich mach's einfach. Scharf? 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 Scharf. Scharf. Nee. Scharf. Ich hab hier noch so eine Süßigkeit. Die süß, die esse ich jetzt. Schnell. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Das ist lecker. Das lieben wir. Das lieben wir nicht. Boah, warum rieche ich auch noch dran?